How about I gather a few mercs to escort you two? What do you say? Thanks, but no need. Paimon, bist du präge? Sach ja! Whether as a client or a friend, you're always welcome to come to me. Ach, kamen Jokes. As well as the Oratrix Mechanique D'Analise Cardinal. Wart nochmal bitte? In fact, I was planning to go to the Opera House later myself. I'll gladly take you once I finish things here. Please, follow me. Der ist mir noch nicht so ganz geheuer, bin ich ja ehrlich. Mother? Was ein Entrance, don't sheesh. Okay, calm down, Missy. Hereby welcome you to the nation of Hydro. What do you mean criminals? I haven't done anything. Ja, Paimon, zurück zur See mit dir. Madame, sie haben ein Rad ab. Was eine Shitshow, Alter. Heißt das, sie will mit ihren Aktionen versuchen, ihre Nation zu retten? Und eigentlich ist das der Anstieg des Wasserpegels eine ganz andere Sache? Das hat ja fast schon religiöse Anmaße hier. Globale Erwärmungen! Das ist ja wie mein Inventar, Alter. Warum ist das alles so aktuell, though? Friend, in der Seite steht nur so, man. Das Ding sieht aus wie eine Guillotine. Nochmal bitte? Wo kommst du überhaupt her, Digger? Seit wann sind wir eigentlich so buddy-buddy miteinander? Was ist denn hier passiert? Nicht schlecht, nicht schlecht. Aber in fronte mir sah ein Wail, der so großartig war, ich fühlte mich, als ob ich nicht breathieren konnte. War es ich? Oh, das klingt so familiar. Ja, es ist ich! Ich stand vor ihm! Ist das der? Was für ein Scheiß-System, Alter! Na, das ist nicht erwähnt. Oh mein Gott. Sitzt Arnecino da unten irgendwo schon? Oh, wenn ich dann weiter deine Stimme hören darf, ja. Weil sie hat keine Idee, dass du recht zu ihrem Akt sah. Sehr gut, das ist für das Beste. Kein Nehmen Sie, dass ihr noch mehr Achtung bezahlt habt. Wir können jetzt den Show genießen. Was ist hier los, Alter? Pfff. Oh, weia. Ähm. Das ist, glaube ich, nicht so gut. Ich denke, dass er... Na, ich... Ich denke, es könnte ein bisschen früh sein, zu sprechen, um 4.000 Anforderungen zu machen. Aber was Frau Farina gesagt hat, macht jetzt perfekt Sinn. Es sieht aus, wie sie persönlich die Justiz. Oh, weia. Ich glaube, ich verstehe langsam. Das Unmögliche konnte nicht passieren. Was, was passiert, muss das, was möglich ist. Wo? W- 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 Und wen? Hä? Lass uns mal schauen, während die Anforderungs-Teams noch hier sind. Detective Paimon ist auf dem Fall. Setz bitte die Brille wieder ab. Verdammte Scheiße! Sogar... ...ne richtige Investigation am Laufsag. Die Quest fühlt sich diesmal richtig sick an, Digger. Selbst das Pacing ist geil. Ich... 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 Ich finde es jetzt schon gut. Uh... 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 Das wird ja interessant. Jetzt zurück zu der Situation in der Hand. Warum bist du eigentlich so detailreich, Frau? Ich finde das Oberthema ja immer noch crazy, ne? Aber so... Ja, ich will es nicht aussprechen. Und musst du wirklich das tun, wenn du sie schnappst? Was ist mit deiner Brille los? Was ist mit deiner Brille passiert? What the fuck? Okay, pass auf. Der Täter war hier drinnen über den Belüftungsschacht. Äh... Hat während dieser Trolli hier lang gefahren ist, äh... Diese Frau da rausgeholt. Da gab es hier eine Rangelei, deswegen ist diese Vase umgefallen. Das war dieser Thud, den wir da gehört haben. Warum das geklirrt war, weiß ich nicht, kann ich nicht erklären. Äh... Und hat die dann, basically, äh... Wieder durch diesen Luftschacht zurück, äh... Gekidnappt. Das ist jetzt meine, äh... Äh... Ja... No one left through the basement during the performance or after the incident. And no one was found hiding there. Gut. Dann... Muss ich weiter überlegen. Hehe. Of course we'll have snacks. If we can not buy some, then we'll simply make some. Huh? Huh? Hier? But... How? Entstanden, Mademoiselle. Everyone, please come with me. Das Privileg der Reichen, I suppose. Yes, I must be prepared to meet the Demoiselles baking needs whenever the fancy strikes, Sir. I have eggs, sugar and almonds at the ready. Haha. Good work, you two. Then I'll get to it. Please sit tight for a moment. You'll get to taste my awesome snacks soon enough. These three are quite the interesting group. Ah... T- Oh... 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 Oh, it's even better now. Oh... 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 I was applauded. Ja, ihr seid der Hammer, Jungs. Ihr seid der absolute Knaller. Ich kann mir nix geileres vorstellen. Wie ihr wünscht, Mademoiselle. Und ich habe den Egg, Sugar und Almen. Wow, das ist wirklich dein Hobby, oder? Confidence cannot go unfounded, and my foundations are rock solid. Is that so? Then why are you the Hydro Archon and not the Geo Archon? The Outlander is speechless. My oh my, don't they look flabbergasted? Now comes the infighting in Discord, I suppose. This was almost too easy. Oh, good thing I made all those preparations. Seems the All-Nighter I pulled last night is really paying off. In that case, my dear audience, let's allow the joy of victory to steep for a little while longer. Oh, dein Kartenhaus wird auch zusammenbrennen. Vertrau mir. Ist das so? Ich glaube nicht, bin ich ehrlich. Dann müsstest du halt einfach ein anderes Leben führen, aber du machst es dir nicht komplizierter als es ist. Das ist auch ne dodgy Aussage. Und da, du hast es. Das ist die Wahrheit, hinter dem, was passiert. Objektion! Oh, she's blushing. Oh, she's blushing. Oh. Das ist mir absolut null aufgefallen, bin ich ehrlich. She has been trapped in the Opera House these last two days. She had already become desperately hungry by the time we were chatting over Macarons. So, she swiped two of them right under our noses. Talk about a sneaky thief. At this point, all the events that happened in the tunnel, have never been alive. Das ist Bullshit. Wie, wann ist das passiert mit den Macarons? Ah, das ist die ganze Geschichte. Also, das sei wirklich auch der Ticketschalter aus Hawkeye Star Rail, könnte mir nicht sagen. Ich meine, das ist der Boss, den wir sprechen. Der... Oh mein Gott. Um... A vile act, I may say. ...und die uns dann auch beurteilen. A Maeve? Derjenige, der das Haus des Hearthes kontrolliert? Sie ist dein Vater? Ha. Das ist richtig. Und so sind wir hier. Ich habe mich gefragt. Ich habe niemals auf meine eigenen Entscheidungen gemacht. Und dass ich glaube, was ich mache, ist richtig. Ja, aber dann jemanden zu joinen... Ja, Alecino ist ein Assassin. Aber Assassins töten Leute, um andere zu retten. Ist das der richtige Weg? Ich weiß es nicht. Gibt es den richtigen Weg? Weiß ich auch nicht. Es ist ein zweischneidiges Schwert. All right, then. Let's have our farewell meal. Alter. Ho, ho, ho. Was ein Auftakt, though. No. No. No.